Grundsätzlich war jede Person, die im weitesten Sinne anders war, von Ausgrenzung, Verfolgung bis hin zur Ermordung betrugt. Im Lagersystem A1000 gab es eine von der SS vorgegebene und nach rassischen Kriterien differenzierte Lagergesellschaft. Kräftige gewähnten in 1772 verschiedenen Nationen. Im Laufe des heutigen Gedämpfels sehen wir 10 kurze Videobeiträge, die ein besonderes Fondament auf die Gruppe legen und die ganze Zeit von draußen um seine Ausgaben in der Kirche. Als ich die Sprache bin, mit der Frau, die ich nicht ausgesprochen habe, die ich nicht ausgesprochen habe. Ich habe keine Ausgaben, die ich nicht ausgesprochen habe. Ich habe keine Ausgaben, die ich nicht ausgesprochen habe. Ich habe keine Ausgaben auf die E f languetigen Geschwisterbrotus. Sowie zahlreiche Anwälte. Die politisch verfolgte Menschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach der Befreiung 1925. Das ist die Türkei in Österreich, die Demokratische Jugendbewegung. Die Delegation aus der Ukraine, herzlich willkommen. Wie ist die Delegation aus der Ukraine? Die Mauthausen, in Stuttgart, haben wir eine Gruppe Strafgeräte, die in denen war und Olexei Schaphofer, die in den Dokumenten der Mauthausen. In den Dokumenten der Mauthausen wird er als russischer ziviler Arbeit. Wir sind hier alle zusammen, jeden Jahr. Für mich ist es 6. Jahrhundert. Ich bin hier in den letzten Jahr, als ich hier bin. Wir haben hier auch hier geflogen, wir haben hier geflogen. Wir waren hier vollen Menschen, wir waren hier nur selbst. Aber wir müssen hier unbedingt hier sein, denn es ist hier besonders wichtig. Ich glaube, dass es die Ukraine, die wir haben, will sie 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 haben.